Dominik hier, moin! Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr die Bildschirmfreigabe eurer Macs im Netzwerk nutzt. Die Bildschirmfreigabe ist dafür geeignet, dass ich mich im Netzwerk schnell auf den Bildschirm eines anderen Macs schalten kann. Zum Beispiel, wenn einer jetzt in einem anderen Stockwerk sitzt oder ich per Bildschirmfreigabe von meinem Mac schnell helfen will, dann klappt das im Netz am besten über die Bildschirmfreigabe. Ebenfalls kann ich so beispielsweise einen Headless fernsteuern. Das bedeutet, ein Headless Mac ist beispielsweise ein Server ohne Bildschirm oder eben ein im Wohnzimmer stehender Mac, der für andere Dienste gedacht ist. Aber wie richte ich das ein? Zunächst mal an dem Mac, den ich per Bildschirmfreigabe fernsteuern möchte, gehe ich in die Systemeinstellungen, gehe in Freigaben und habe hier unter den Diensten die Bildschirmfreigabe. Dort setze ich einen Haken und aktiviere die Bildschirmfreigabe. Ich kann in den Computereinstellungen einstellen, dass immer eine Genehmigung angefordert werden muss. Das bedeutet, bevor irgendjemand diesen Mac jetzt fernsteuert, muss eine Genehmigung erteilt werden von demjenigen, der angemeldet ist. Oder ich sage, es muss ein Kennwort eingegeben werden, um überhaupt diesen Mac fernzusteuern. Das zeige ich euch nachher. Ich sage erst mal okay. Weiter könnt ihr definieren, für wen ihr den Zugriff erlaubt. Das bedeutet, wer darf sich überhaupt mit Bildschirmfreigabe mit diesem Mac verbinden? Ich habe hier einmal die Administratoren, alle Benutzer oder ich füge einzelne Benutzer, wie die Eva Baal, jetzt hier hinzu. Ich habe die Eva mal hinzugefügt, weil ich euch das gleich zeigen will. Mehr müsst ihr da gar nicht machen. Ich sage jetzt alle einblenden, schließe das. Und ich öffne mal den Finder eines anderen Macs. Das hier ist jetzt mein Mac. Und ich sehe hier in den Freigaben, dass das andere MacBook, also mein Dominic 1 MacBook Pro, in den Freigaben erscheint. Und ich habe hier im Finder die Möglichkeit, auf Bildschirmfreigabe zu klicken. Wenn ich da nun draufklicke, weil wir haben sie ja aktiviert, versucht sich mein Mac mit dem anderen hier zu verbinden. Und nun muss ich, um mich eben zu authentifizieren, entweder den Benutzernamen eines Administrators eingeben oder den der Eva. Ich bin als Dominic dort angemeldet und gebe jetzt mal meine Zugangsdaten ein und möchte sie im Schlüsselbund erstmal nicht sichern, weil sonst verbindet er sich jedes Mal mit meinem Dominic-Account und das möchte ich nicht. Ich zeige euch gleich noch was anderes. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, euch mit einer Apple-ID zu verbinden. Ich klicke nun auf Verbinden und ihr seht, ich schiebe das mal ein bisschen rein. Ich habe jetzt beide Bildschirme, einmal den echten hier dahinter und zum zweiten den über die Bildschirmfreigabe. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus drübergehe, über den Finder im Dock, seht ihr, auf beiden Bildschirmen erscheint das gleiche. Ich steuere also diesen tatsächlich fern. Und derjenige, der vor dem Mac sitzt, den ich gerade fernsteuere, der sieht das auch. Denn ich bin ja als Dominic dort angemeldet, sprich auf beiden habe ich mich jetzt als Dominic authentifiziert und kann den anderen unter diesem fernsteuern und sehe seinen Bildschirm. Ich schließe das nochmal und sage nochmal Bildschirmfreigabe. Und jetzt möchte ich mich als Eva verbinden. Also auf diesem System hier ist der Dominic angemeldet. Die Eva ist ein weiterer Benutzer und darf ebenfalls auf diesen Mac per Bildschirmfreigabe zugreifen. Ich sage also Eva, gibt der Eva ihr Kennwort ein und sage Verbinden. Und nun passiert folgendes. Dominic verwendet gerade den Bildschirm auf dem Dominic 1 MacBook Pro. Das heißt, ich bin ja hier angemeldet und ich kann jetzt den Dominic bitten, den Zugriff zu erlauben, weil ich bin ja Eva. Ich kann ja nicht einfach als Eva hergehen und sagen, okay, ich möchte mich jetzt mit Dominic verbinden und schaue mal, was der da eben macht. Vielleicht surft er irgendwie auf spannenden Seiten gerade im Internet. Oder ich sage, nein, ich melde mich als Eva an. Dann kann der Dominic jetzt erstmal hier weiterarbeiten im Hintergrund. Ihr seht, im zweiten Fenster schiebt das ein bisschen zur Seite. Links ist die echte Maschine und hier rechts ist meine Bildschirmfreigabe. Ihr seht, angemeldet ist der Dominic und ich möchte mich jetzt als Eva Baal anmelden. Das bedeutet, hier der Dominic kann schön weitermachen und ich per Bildschirmfreigabe arbeite sozusagen gleichzeitig an dem Mac mit der Eva Baal. Also mit einem anderen Benutzer. Und ihr seht, links ist der Dominic an der echten Maschine angemeldet und per Bildschirmfreigabe ist ein anderer Benutzer angemeldet, die Eva Baal und kann jetzt unter ihrem Benutzeraccount arbeiten per Bildschirmfreigabe, ohne dass der Dominic hiervon beeinflusst wird. Möchte ich die Bildschirmfreigabe beenden, kann ich mich da auch ganz normal abmelden. Also ich melde die Eva Baal jetzt einmal ab und beende die Bildschirmfreigabe. Dann gehe ich auf der Maschine, wo ich das eingerichtet habe, also die ich die ganze Zeit per Bildschirmfreigabe fernsteuere, einmal in die Systemeinstellungen, gehe unter Freigaben. Für eine App, die das verschlüsselte VNC von Apple nicht unterstützt, wird ein Kennwort benötigt. Da gibt es so ein paar auf dem Markt, dann könnt ihr nämlich von fast jedem Computer, also auch Windows und Linux, den Mac fernsteuern mit dem Kennwort. Das bedeutet, ich gehe dann nicht mit meinem Finder auf den Mac und sage Bildschirmfreigabe, sondern ein VNC-Viewer. Das gibt es zum Beispiel unter Windows eine App, da gibt es unter Linux eine App und auch für Mac gibt es hier Apps. Falls das nötig ist, dann könnt ihr das im Kennwort schützen oder eben, ich sage jetzt mal, jeder kann eine Genehmigung zur Bildschirmfreigabe anfordern. Sage mal, okay, schließe das, schließe auch das, geht es in meinen Finder und nun bekomme ich eine weitere Option durch Fragen um Erlaubnis. Das bedeutet, ich habe ja gerade auf der Maschine, die ich fernsteuere, den Haken gesetzt, jeder kann es, wenn ich die Erlaubnis habe. Und das möchte ich jetzt als jemand, der nicht authentifiziert ist. Das bedeutet, das ist zum Beispiel für den Support interessant, der muss dann nämlich nicht Benutzernamen und Kennwort kennen, sondern kann um Erlaubnis fragen. Und ich sage einmal verbinden und ihr seht hier auf der echten Maschine, ein Gast mit der Adresse möchte auf ihren Bildschirm zugreifen und ich kann jetzt entweder sagen Bildschirm freigeben oder abbrechen. Sage ich freigeben, kann jeder hier auf meinen Bildschirm zugreifen, wenn er vorher die Erlaubnis hat. Das ist wie gesagt zum Beispiel für den Support in Firmen relativ interessant, wird keine weitere App benötigt und ist sehr schnell eingerichtet auf allen Macs. Bitte beachtet, diese Möglichkeit ist nicht gegeben, wenn ihr euch über das Internet auf den Mac verbinden wollt, dafür gibt es andere Tools, sondern die Bildschirmfreigabe ist netzintern und zur schnellen Anzeige von entfernten Mac-Bildschirmen im Netzwerk gut geeignet. An dieser Stelle für weitere Informationen und Videos schaut auf www.idomics.de, dort findet ihr etliche weitere Infos, auch in meinem Kanal, über 230 weitere Videos rund ums Thema Apple, Mac und OS X, auch eine Synology-Playlist findet ihr rechts in meinem Kanal, ein Abo wäre super, dann bleibt ihr immer auf aktuellstem Stand meiner Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.